Die beste Therapie für Ihr Herz. Das ist das Ziel der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie am Deutschen Herzzentrum München. Das Deutsche Herzzentrum München ist eine Spezialklinik für das Herz, in der höchste medizinische Kompetenz mit Wärme und Zuwendung für den Patienten kombiniert wird. Hier ist alles unter einem Dach und der Patient profitiert davon, dass die Wege zwischen den Disziplinen und unter den Spezialisten kurz sind. Wir nehmen die Sorgen unserer Patienten ernst. Deswegen besprechen wir ausführlich am Anfang die Methode und den Ablauf der Operation. Unsere hochqualifizierten Ärzte, oft mit großer internationaler Expertise, finden die beste Lösung für Ihr Herz. Denn Herzchirurgie, das bedeutet auch immer mehr schonende OP-Methoden, zum Beispiel über einen Katheter. Bei bestimmten Eingriffen sind wir weltweit führend. Etwa bei der Rekonstruktion von Herzklappen mit körpereigenem Gewebe. Auch nach der Operation kümmert sich das Team der Herz- und Gefäßchirurgie um Ihr Wohl.